So, hallo, ihr habt bestimmt gerade mitbekommen, dass ihr das hier Start-Stop-Spiel-Dingskin nicht mehr seht. Ich habe jetzt beschlossen, das habe ich nicht beschlossen, das habe ich beschlossen, dass ich jetzt rausgehe. Ne, ich glaube ich habe beschlossen, dass ich schon mal was esse. Ne, jetzt haben wir es im Ernst. Ich habe beschlossen, dass ich hier das weglasse. Also sprich, wenn ich schlafen gehe, gehe ich schlafen, dann ist es halt Schluss und dann, wenn ich aufwache, geht es halt weiter. Oh, ne Start-Stop und so. Gut. So, jetzt haben wir uns erstmal Dings gebaut. Und jetzt bauen wir uns erstmal die Grundwände. So, dazu tun wir die Kerzen wieder wegnehmen. Na, komm weg. Weg. So, ich muss immer das wieder weghalten. Und weg. Gut. Oh, ja. Das ist wieder schön. Gut. Ich nehme mich jetzt runter und nehme ich mich wieder runter. Ah, schön. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich brauche schon mal noch ein paar Steine abdankt. Oh, ich möchte wieder aufpassen. Fällt mir gerade auf. Weil, wenn nämlich das passiert, wenn da nicht gerade mal ein Stein im Weg ist. Norm. Dann stehe ich da mal ganz, naja, ich würde nicht sagen dumm, aber ganz schlecht da. So. Gut. Und Abfall, Unterfall. Und da brächt ich davon ziemlich alle runter. So, gut. So, ich mache das so hier. Na, komm. Nehmen wir auch noch ein paar hier. So. Na, komm her. Ah, komm mal raus. Das ist Dreck bloß. Und da kommt es da mit runter. Ist ja runterprächtig. Wunderschön. So, wie ich es gern habe. Oh, ja. Ach so. Ich kann sein, dass ich jetzt gerade hier mein, ist das kleiner, mein Haus untermauere. Ist das gut? Okay. So, jetzt sammeln wir schon mal auf und bauen wir schon mal bitte was. Tatsache, ich bin schon wieder bei meiner, unter meinem Haus. Guck einen an. So, jetzt bin ich wieder hier unten. Da bin ich hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. So, dann wollen wir mal. Einmal ringsrum bauen. Na. Wirst du wohl, wirst du wohl, wirst du wohl. Und, ja. Meinen Eingang baue ich, äh, ja, diese Richtung. Ja. Sieht das nicht schön aus? Er hat baut nach 10, ne, nach 12 Tagen, ne. Das ist, glaube ich, die ersten Grundmauern. Wunderschön. So. Okay, dann lassen wir hier, ich achte. Scheiße, ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja eigentlich noch gar keine Gläser. Ich hab zwar Sand ohne Ende, aber noch kein Glas, weil ich keine Kuh habe. Aber egal, dann leben wir halt wie der Mohikano. Wir lassen einfach mal die Fenster öffnen. Was soll der geil? Was soll der geil? Na, wirst du wohl? Achso, ich hab ja nichts mehr. Ich wollte schon sagen, wirst du... Ah, nee, halt, nein. Gut. Komm her. Gut, 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 gut. Schön sieht's aus. Schön. Was für ein schönes Haus. Was für ein schönes Haus. Achso, ich könnte ja eigentlich mal... Hab ich die Kiste noch mit? Ja, ich könnte die Werkbank mal irgendwo hin platzieren. Hm, genau so. Die Werkbank, die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Weil, dann können wir nämlich mal Sandsteine nehmen. Kling, 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 kling. Kann man jetzt eigentlich auch eine Sandsteintreppe bauen? Wunderschön. Brauchen wir mal mehrere davon. Eigentlich nicht. Gut. Hm. Ja, zwölf Stufen durften reichen. Für meine Zwecke, die ich vorhabe. Gut, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das ordentlich hinkriege. Wo bauen wir die jetzt? Ich baue die jetzt erst mal da hin. In die Richtung. Und auch, dass das gleich mal nicht funktioniert. Nee. Gut. Dann halt nicht. Dann rutsche ich mir doch einen Bückel runter. Sag mal so hier. Klappt das jetzt? Ah, gut. Genau so wollte ich's haben. Weil, dann kann ich mich hier hochgehen. und weiterbauen. Nee, weiterbauen. Mal kommen. Blub, 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 ding, 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 ding. Ich baue mir ein Schloss. Oder sowas in der Art. Das heißt, ich könnte ja theoretisch, wenn ich schnell genug bin, dann heute schon bei mir einziehen. Uh. Oder auch nicht, wenn ich noch weiter so runterfeier. Oh mein Gott. Ich sollte mir hier eine Abfahrtsstelle suchen. So. Na, was ist denn hier los? So. Und wieder abgestoßen. Wunderbrichtig. Oh, mir gehen noch bald die Steinchen aus. Fällt mir gerade auf. Aber egal. Dann kommt als nächstes dann eine Grundplatte wieder. Würde ich sagen. Ja, eine Grundplatte. Eine Grundplatte. Für die Platte auf den Grund. Und ich denke mal, die Raumhöhle dürfte erstmal so angemessen sein. Angemessen sein. Na, was ist denn jetzt hier los? Komm, baue ich ein Haus. Geht ja alles so los. Oh. Gut. Wunderschön. Gut, damit hat sich das auch erstmal ledig. Dann bauen wir damit weiter. Dann machen wir die Wude erstmal wieder dunkel. Und bauen das die nächste Etage. Na, komm. Ist das nicht schön? Ich könnte eigentlich mal eine Tür bauen. Was ist denn das schon wieder hier? Fliegen hier Düsenjets rum oder was? Na, komm. Na, was ist denn jetzt gerade? Ach, nee. Quats, quats, quats. So. Bau, bau, bau. Mal gucken, ob ich... Ach so, eine Tür kann ich nicht. Ich wollte dich noch bauen. So, eine Türe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Habe ich jetzt eine Tür gebaut? Natürlich nicht. Wunderprächtig. Hier, bau ich denn dann eine Tür. Bau ich so eine Tür? Nee, auch nicht. Gut. Ich glaube, ich kann da steigen keine Türen bauen. Oh. Ach so, ich habe ja noch Holz da. Bau ich halt nicht mehr eine Holztür. Ist halt die Meiße. So, schauen wir mal. Und? Holztür geht auch nicht. Warum gibt es denn keine Holztür? Das wird so hier. Das ist so komisch jetzt. Dass ich keine Türen bauen kann. Ach so, ich kann ja bloß mit Brettern Türen bauen. Gott, bin ich ein Bob. Ich bin doch so ein Bob. So. Dann nehmen wir mal acht solche Bretter aus. So, das legen wir wieder zurück. Probieren wir es jetzt mal mit Türen bauen. Und? Ah, schau da. Eine Tür. Und die legen wir gleich mal hier unten hin. So. Und bauen die da ein. Bauen die da ein. Bauen die hier ein. Wunderprächtig. Meine Wohnung hat eine Türe. Ist das nicht schön? So. Warten wir mal. Schauen wir mal. Da müsste ich eigentlich jetzt eine Treppe hier. Oh, wirf. Eine Treppe da hin bauen. Die natürlich gleich mal wieder komplett verkert rumliegt. Das ist auch schön. Ach, nee, nee, nee. Einmal mit Professor Biden. So. Und dann. Ja. Im Prinzip so. Ja, das geht doch schon wieder los. Ja. Gruzi. Na komm. Na, hallo. Ach so. Na gut, dann setzen wir mal hier unten einen Stein hin. Und probieren es jetzt nochmal. Das Ding will mich verarschen. Eindeutig. Dann setzen wir halt hier noch einen Stein hin. Gleich das setze. Hallo. Wo setze ich eigentlich unten einen Stein hin und versuche es ja nicht unten da drauf zu setzen. Gott, bin ich wieder ein Typ. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Das heißt, schnell noch zu Ende bauen. Na komm. Na, jetzt wollen wir doch morgen einen Schlumpen ziehen. So, wie es aussieht. So. Oh ja, ist die Möger schon. Ja, gucken wir mal, dass es noch geht. Nach Feuer, wo sind meine Flämmchen? So, dann tun wir die rein. Dann gucken wir mal, wo wir runter gehen können. Natürlich nicht. Ist wieder schön. Ein zu viel gebaut. Aber egal. Gut, dann einmal ein Feuerschnitt da rein. Eins da rein. Eins da hin. Und dann... Hm, hinzuhir hin. So, das ist also jetzt mein Haus. Wo ich morgen einziehen werde. Oh ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Wieder ein anstrengender Tag vorbei. Das sieht schön aus. Ich muss ein paar noch betonen, ein paar Steine. Dass ich mich mal rausfinden müsste, wie das gleich noch funktioniert. Dass man sowas zusammenkriegt. Aber egal. Jetzt heißt es erst mal, in mein Haiebettchen das letzte Mal hier schlafen. Und dann... Na, da bauen wir heute. Bauen wir noch... Nö, ich brauche eigentlich nichts. Ich mache heute mal... Oh, einfach bloß mal... Ach, was essen könnte ich noch. Ja, was essen. Mal. Mal, 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 mal. So. Gutes Nächtele. Bis morgen. Ciao. Ciao.